ja hallo Freunde Willkommen zu Battlefield 3 wir spielen Loserkanels Hardcore und wir sterben sofort ist das nicht geil nein es ist nicht geil deswegen äh gehen wir jetzt sofort noch mal rein und da ist ein Gegner und den haben wir jetzt nicht umgebracht okay ich muss auch hier wieder reinkommen erstmal erstmal ein bisschen aufwärmen so wo geht's da ist einer da ist einer BÄM stürm er lebt doch nein 23% Gesundheit verdammt das finde ich überhaupt gar nicht gut oh da ist ein Freund von uns da ist einer kriegen wir ihn? wir kriegen ihn aber nur zu 97% dann hat ihn uns einer geklaut das finde ich überhaupt nicht gut aber naja was sollen wir denn machen erstmal hier bei mir ein bisschen leiser drehen weil war sehr laut Alter das kann doch nicht wahr sein so er ist down so schnell nachladen ja bitte 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 tut mir leid ich musste nachladen so tschüss das war er oh nein ich wechsle jetzt mal die die Waffe ich gehe jetzt mal auf den Sniper L96 das wäre cool hoffentlich werde ich nicht gekickt oder so ich weiß jetzt nicht ob man hier Sniper spielen darf aber das werde ich herausfinden und zwar genau jetzt naaa Tastenwasser killt bei Sniper limit warte mal ich ich mach mal grad ich mach mal grad Sniper Sniper ja schade ok dann können wir noch keinen Sniper spielen dann müssen wir uns mit der AEK begnügen aber das ist ja auch nicht so schlimm das ging mir schon gebacken irgendwie was willst du denn da hinten sterben willst du anscheinend der da ah ist jetzt weg ok diese Bastarde sind hier oh Gott oh Gott da waren ja alle irgendwie ganze Map auf dem Haufen da war das nur Hilfe ach ach man was soll das denn da ist einer gestorben dann gehen wir direkt mal gucken ok oh Gott haha nein ach man ey was soll das denn ok wir wechseln mal an die Waffe M16 A3 ja komm hier kann man mal machen oh Gott nein nein und ich muss noch noch was ändern äh ja ok dann muss ich das gleich machen ok zu früh gewechselt ich wusste nicht dass da einer steht besser gesagt ähm so Optionen ähm wie geht das hier nochmal Waffensuchtaste anklicken so ja so jo da ist besser wenn ich jetzt loslasse geht der Zoom auch weg oh nein hoffentlich war ich jetzt nicht der last kill ne Gott sei dank das war also diese Runde ja schade dass sie schon vorbei ist aber trotzdem ich sag schon mal tschüss und danke fürs zuschauen ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen könnt ihr einen Daumen da lassen wenn ja wenn nicht könnt ihr trotzdem einen Daumen da lassen wie ihr wollt ähm naja bis zum nächsten mal tschüss